herzlich willkommen zum heutigen video und heute schauen wir mal wieder auf shell nach etwas längerer zeit dabei schauen wir natürlich etwas genauer auf die aktuellen quartalszahlen vom q2 2024 dann werfen wir noch mal einen blick auf das thema aktienrückkäufe einfach weil es ein sehr wichtiges ist aktuell bei shell gucken dann allgemein einmal auf die profitabilität des unternehmens und zum abschluss werfen wir dann noch mal einen blick in den aktienfinder bei shell sieht es weiterhin sehr gut aus wenig überraschung gab es in diesem quartal man hat weiterhin viel geld eingenommen 6,3 milliarden sind es bei den adjusted earnings und 13,5 milliarden bei den cash flow from operations also man weiß im grunde weiterhin nicht wohin mit dem geld und dementsprechend wird weiter ein großer batzen zurück an die aktionäre gegeben ein teil in form von dividenden da gab es wieder 34,4 cent pro aktie immer noch unter dem vor corona niveau aber dafür gibt es gibt es ein anderes segment in dem shell inzwischen sehr aktiv ist und das ist das segment der aktienrückkäufe da hat man ein programm über dreieinhalb milliarden abgeschlossen jetzt im laufenden quartal und hat für das dritte quartal ein weiteres aktienrückkauf programm in höhe von 3,5 milliarden angekündigt und das kommt den aktionären insgesamt natürlich auch zugute aber zu dem thema aktienrückkäufe kommen wir doch im laufe des videos noch mal etwas detaillierter ja bevor wir zu dem thema aktienrückkäufe kommen schauen wir noch mal auf ein zwei weitere zahlen die man hier dann in der unteren hälfte findet eine die durchaus interessantes ist das thema cash capital expenditure also das was man in anlagen wieder ins unternehmen investiert das sind 4,7 milliarden gewesen im aktuellen quartal im quartal davor oder mit dem quartal davor ist man in dem kalenderjahr jetzt bei 9,2 milliarden angekommen das wird in der zweiten jahreshälfte etwas mehr sein weil fürs gesamtjahr rechnet man mit 22 bis 25 milliarden und wenn man jetzt mal schaut was so an free cash flow bei rauskommt bei shell dann ist das kein problem dass das im zweiten jahr etwas höher sein wird man hätte jetzt im aktuellen quartal 10,2 milliarden an free cash flow erwirtschaftet insgesamt im ersten halbjahr ist man bei 20 milliarden gelandet und mit dieser menge an free cash flow kann man natürlich einiges machen ein thema ist natürlich aktienrückkäufe was ich schon angesprochen hatte aber shell reduziert auch weiter die schulden ist inzwischen bei einer nettoverschuldung von 38,3 milliarden angekommen insgesamt hat man knapp 75 milliarden an schulden den gegenüber steht aber eine relativ große cash position inzwischen so dass halt die netto schulden dann 38 milliarden betragen ja und dann kommen wir einmal zum thema aktienrückkäufe was ich momentan extrem spannend finde dafür habe ich diese tabelle hier hinter mir zusammen gebastelt shell investiert gigantische summen in aktienrückkäufe in den letzten jahren und in der tabelle seht ihr hier einmal natürlich ganz vorne das jahr welches es betrifft beziehungsweise 2024 habe ich in die einzelnen quartale aufgegliedert dann sieht man die anzahl der aktien dies zu dem jeweiligen ende des jahres oder quartals noch ausstehend waren dann die dividende die gezahlt wurde die dividende quasi in euro die man insgesamt zahlen musste dann die summe die man in aktienrückkäufe investiert hat wie viel aktien man davon zurückkaufen konnte und welche ersparnisse shell dadurch hat weil für die zurückgekauften aktien muss natürlich keine dividende mehr gezahlt werden und und das ist so eine sache die sich so ein bisschen selber antreibt in den letzten jahren also dadurch dass shell so gigantisch viel investiert man sieht 2021 war es noch ein bisschen verhalten mit 2,9 milliarden hat man 123 millionen aktien zurückgekauft und damit aufs gesamtjahr gerechnet 100 millionen an dividenden dann gespart im folgejahr ging es dann so richtig los was die rückkäufe angeht 19,5 milliarden hat man hier investiert konnte 680 millionen aktien zurückkaufen und hat dadurch weil ein euro pro aktie in dem kalenderjahr gezahlt wurde oder ein dollar ist es 680 millionen dollar an dividenden ersparen weil man so viele aktien zurückgekauft hat im folgejahr waren es 480 millionen anteile die man zurückkaufen konnte sind 595 millionen die man eingespart hat trotzdem insgesamt die belastung bei den dividenden für shell gestiegen von 6,3 milliarden auf 7 milliarden auf knapp über 8 milliarden in 2023 was daran liegt shell hatte ja einen ziemlich harten dividenden cut gemacht während corona stark reduziert und hat aber in den folgenden jahren auch wieder relativ stark die dividende gesteigert und man geht jetzt dazu über dass man die dividende round about vier prozent weiter steigern möchte pro jahr und wenn man die aktien rückkäufe in diesem umfang weiter fortsetzt dann hat man bei einer vier prozentigen erhöhung tatsächlich keine zusätzliche belastung mehr durch dividenden erhöhung weil einfach so viele aktien aus dem markt ausgenommen werden und man dadurch ersparnisse hat bei den dividenden ausschüttung dass die die erhöhung ausgleichen also das könnte so eine art perpetuum mobile werden natürlich braucht man das kapital um weiter diese rückkäufe durchführen zu können dass das in dieser form anhält ist natürlich nicht garantiert shell profitiert natürlich momentan vom marktumfeld ist da sehr abhängig vom ölpreis da werfen wir gleich auch noch mal einen blick drauf nicht desto trotz nicht sehr spannende geschichte die sich bei shell entwickelt und natürlich umso mehr aktien zurückgekauft werden zum einen natürlich schön umso mehr vom unternehmen gehört mir aber tendenziell ist das natürlich auch immer ein kurstreiber weil dann jeder anteil wie gesagt ja mehr vom unternehmen repräsentiert ja und wie wahrscheinlich das ist dass man diese aktien rückkäufe in dem umfang weiter durchführen kann das sieht man sehr schön an der folgenden seite wo die profitabilität ein bisschen erklärt ist und zwar braucht shell ein ölpreis von 50 dollar pro barrel öl der marke brand damit man die dividendenzahlung gedeckt hat und aktien rückkäufe durchführen kann bei 40 dollar die würden ausreichen um die dividende noch zu decken und da ist shell einfach deutlich wirtschaftlicher geworden in den letzten jahren obwohl ja auch shell von der inflation betroffen ist lohnkosten sind drauf gegangen auch einfach materialkosten was verbaut werden muss was man benötigt um das öl aus der erde zu bekommen all das ist natürlich teurer geworden auch für shell trotzdem hat man hat man es geschafft früher 2015 habe ich mal reingeguckt in die präsentation war dieser breakeven point bei noch 60 dollar pro barrel öl und das ist natürlich ein enormer wettbewerbsvorteil wenn man so wirtschaftlich an das öl herankommen auf der rechten seite ist dann hier auch noch mal aufgeführt zum vergleich dass man ungefähr 65 dollar pro barrel öl benötigt um auch bei der schuldentilgung ja flott weiter vorwärts zu kommen aber besonders interessant sind halt diese 40 dollar pro barrel die man benötigt nur um die dividenden zu denken beziehungsweise 50 dollar für dann auch die aktien rückkäufe und dann habe ich dazu auch noch mal den chart mitgebracht des preises der marke brand und hier sieht man sehr schön dass es extrem unwahrscheinlich ist dass der preis auf diese niveaus fällt also er ist da immer mal wieder 2008 zur finanzkrise hatten wir es 2016 war das der fall und natürlich auch im corona tief aber zum einen wie gesagt passiert es relativ selten und dann auch in der regel nur kurzfristig was für shell dann nicht so das riesenproblem ist weil für shell sind natürlich die durchschnittswerte interessant und da sieht man liegt der kurs in den letzten 20 25 jahren einfach kontinuierlich drüber was einfach dafür spricht dass shell auch in der näheren zukunft weiter aktienrückkäufe durchführen wird ganz zum abschluss werfen wir dann noch mal einen blick in den aktienfinder rein und hier sieht man sehr schön so ein bisschen was in den letzten jahren passiert ist noch mal zusammengefasst man sieht hier den einbruch zum corona tief da hat shell sogar relativ starke verluste geschrieben aber danach jeder weiß dass die preise bei öl gas sind nach oben geknallt und davon hat natürlich auch sehr profitiert hatte zum corona tief auch die dividende massiv zusammengestrichen seit corona wird sie aber regelmäßig und auch relativ kräftig wieder angehoben das soll in den nächsten jahren auch durchaus so weitergehen aber halt nicht mehr so ein massiver ausschüttungs gut erreichen wie es vorher mal der fall war da wird ein großteil des gewinns in form von dividenden einfach wieder rausgeknallt hier sieht man es man war bei 1,88 aktuell aufs jahr hochgerechnet würde man bei 1,38 stehen also ungefähr 66 prozent oder sowas müssten sein was man da ausschüttet was ich aber sehr beeindruckend finde es einfach dass der markt scheinbar immer noch relativ skeptisch ist weil wenn man sich hier unten mal anschaut was shell so an kohle übrig hatte also hier hatten wir mal 12 milliarden an frank cashflow nach abzug der dividende waren dann sieben milliarden übrig und das waren auch immer so vereinzelte jahre und wenn man hier mal schaut seit 2018 ist man da mehr oder minder durchgehend im positiven bereich selbst zum corona tief hatte man eine positive getilgungskraft von sieben milliarden und von dahin ging es nur nach oben im hoch waren es mal 35 milliarden die man hier erreichen konnte und jetzt ist wieder auf 20 milliarden annualisiert zurückgefallen was aber immer noch gigantisch ist was man daran geld übrig hat selbst wenn die dividenden schon draußen sind die verschuldung sieht gut aus 75 jahren wie gesagt insgesamt man hat eine große cash position den gegenüberstehen und das alles spiegelt sich so langsam im kurs wieder da schauen wir noch mal drauf aber auch noch nicht so wirklich also klar der kurs hat sich natürlich hier vom koronativ extrem gut erholt wenn man hier mal hoch schaut was haben wir da gemacht über 200 prozent sind es gewesen aber nicht desto trotz glaube ich hat shell hier noch einiges an potenzial wenn wenn man mal schaut shell hat sich eigentlich immer ganz gut an einem bewertungsniveau orientiert und nach corona ist das massiv auseinander gelaufen klar wir hatten hier die hochkonjunktur mit den ganz heftigen reisen am weltmarkt was öl und gas angeht und die haben wir jetzt in dieser form nicht mehr aber die preise scheinen sich auf einem hohen niveau einzupendeln und wenn es da irgendwann noch mal den aufhol effekt gibt dass man sagt jawohl das ist tatsächlich so dass der preis jetzt an da oben hängen bleibt und shell läuft dann diese bewertung wieder heran dann kann man auch mal mit 17 prozent aufs jahr rechnen bis 20 27 allerdings und das sieht man hier auch schon wie breit die spanne ist bei den analysten die geht vom 39 dollar je aktie hoch bis auf 71 dollar das wird sicherlich auf verschiedene ausgangslagen vom preis her abhängen warum diese unterschiedlichen bewertungen zustande kommen weil shell nun mal davon extrem abhängig ist und wenn shell diese gehen wir mal vom positiv szenario aus wieder an diese bewertung ran läuft und der preis bleibt auf diesem niveau dann wird das auch ein einmaliger effekt sein wenn man hier oben ran läuft dann wird sicherlich nicht mehr weiter so durch die decke gehen mit dem kurs gewinnen sondern dann hängt es eher davon ab wie viel aktien werden weiter zurückgekauft wie hoch werden die dividenden erhöht also das ist schon so cash play was man da mit shell spielt weil sie einfach davon unheimlich viel generieren ja das war es heute soweit von meiner seite ich hoffe das video hat euch gefallen dann lasst gerne ein like da oder auch ein abo für den kanal und dann sehen wir uns nächste woche wieder